Wir machen weiter mit dem Dollarzeichen. Und genau wie das Auto ausfüllen, versteht man auch das Dollarzeichen am besten durch Ausprobieren. Das könnte übrigens daran liegen, dass Dollarzeichen und Auto ausfüllen zusammenhängen wie Pech und Schwefel. Wir sehen hier eine Liste mit Artikelpreisen. Und wir wollen mal annehmen, dass diese Preise Nettopreise sind, für die wir erst noch die Mehrwertsteuer berechnen müssen. Wir rechnen also gleich Zelle C12 mal 19% Mehrwertsteuer. Drücken dann Return und können nun nach unten Auto ausfüllen. Ich mache das mal. Ich klicke die gerade berechnete Zelle an und ziehe mit Hilfe des Auto ausfüllen Quadrates nach unten. Moment mal, was ist das denn? Das ist doch total falsch, was da berechnet ist. Da kommt überall ein Null raus und einmal sogar ein Wertfehler. Wie ist das zu erklären? Naja, Auto ausfüllen hat einfach seinen Job gemacht. Es hat sich nämlich die Zellbezüge in dieser ersten Zelle, die wir gerade Auto ausgefüllt haben, angeschaut. Und beim Runterziehen, also beim Auto ausfüllen, hat es alle Zeilennummern der Zellbezüge verändert. Es wurden dabei also die Zeilennummern der Zellbezüge auf die Stückpreise verändert, aber eben auch der Zellbezug auf die Mehrwertsteuer. Und exakt das wollen wir ja nicht. Irgendwie also müssen wir Excel dazu bringen, den Zellbezug auf diese Mehrwertsteuerzelle hier festzuhalten, sodass beim Auto ausfüllen deren Zeilennummer nicht erhöht wird. Das können wir tun, indem wir vor die Zeilennummer dieses Zellbezugs hier ein Dollarzeichen setzen. Ich klicke dazu die Zelle doppelt an und muss nun den Zellbezug auf die Zelle D23 verändern. Ich muss nämlich ein Dollarzeichen vor seine Zeilennummer schreiben. Also steht dort C12, das ist der Artikelpreis, mal D$23. Dieses Dollarzeichen tut nichts anderes, als Excel zu sagen, dass die dahinterstehende Zahl beim Auto ausfüllen auf keinen Fall verändert werden darf. Ich drücke Return und fülle nun nach unten aus. Und wir sehen, dass tatsächlich die Mehrwertsteuern richtig berechnet worden sind. Wenn wir nun den Gesamtpreis berechnen wollen, indem wir sagen, gleich C12 plus E12 und diesen Bereich dann Auto ausfüllen, dann haben wir all unsere Bruttopreise berechnet und haben den Einsatzzweck unseres Dollarzeichens kennengelernt. Gehen wir zur nächsten Aufgabe. Erneut sollen wir hier das Dollarzeichen verwenden. Und zwar sollen wir diese Zahl 47 zu jeder der darunter stehenden Zahlen addieren. Wir geben also ein, gleich C31 plus die darüber stehende C30. Allerdings müssen wir nun vor die Zahl 30 ein Dollarzeichen setzen. Und das ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Ich drücke also die Pfeiltaste und, Moment mal, was passiert denn hier? Da bewegt sich der gesamte Zellbezug. Das ist leider eine Eigenheit von Excel, die sich nicht umgehen lässt. Wir können mit Hilfe der Pfeiltasten unseren Cursor nicht vor die Zeilennummer bewegen. Wir müssen dazu die Maus benutzen, um unseren Cursor vor die 30 zu positionieren und können nun das Dollarzeichen eingeben. Ich drücke Return und fülle nun nach unten Auto aus. Hat offenbar funktioniert. Hier übrigens seht ihr, warum ich vorhin gesagt habe, dass wir immer nach dem Auto ausfüllen kontrollieren sollten, ob das Auto ausfüllen richtig geklappt hat. Ich klicke also doppelt auf die letzte Zelle meines Auto ausgefüllten Bereiches und sehe, ja, seine Zellbezüge beziehen sich auf die richtigen Zellen. Denn natürlich kann mit dem Dollarzeichen schnell mal ein Fehler passieren und wir machen das Dollarzeichen an die falsche Stelle, sodass hier zum Beispiel nicht die richtige Zeile festgesetzt worden wäre. In dem Fall würden wir durch diese Kontrolle sofort erkennen, dass irgendwas schief gelaufen ist und wir können unsere Berechnung korrigieren. Deshalb an euch meine dringende Empfehlung, nach dem Auto ausfüllen immer auf die letzte Zelle des Auto ausgefüllten Bereichs doppelklicken und schauen, ob sich die Zellbezüge richtig und wie erwartet mitbewegt haben. Machen wir nochmal ein bisschen weiter mit dem Dollarzeichen. Wir gehen dazu in den nächsten Zellbereich hier und benutzen auch da wieder das Dollarzeichen. Nun klicke ich mal die festzusetzende Zelle zuerst an und müsste nun eigentlich wieder meinen Cursor vor die 30 positionieren. Das geht mit der Maus, um dort das Dollarzeichen einzufügen. Die Excel-Entwickler haben gesehen, dass das etwas mühselig ist mit diesem ständigen Klicken, sobald man Dollarzeichen einfügen will und haben uns deshalb die Taste F4 spendiert. Wenn ich einmal F4 drücke, dann seht ihr, dass Excel Dollarzeichen in diesen Zellbezug einfügt. Aus G30 wird plötzlich Dollar G, Dollar 30. Wenn ich noch einmal drücke, dann steht dort plötzlich G, Dollar 30. Und wenn ich noch einmal drücke, dann steht dort Dollar G30. Nochmal und alle Dollarzeichen sind wieder weg. Wir können also durch mehrfaches Drücken der Taste F4 das Dollarzeichen sozusagen durchwechseln lassen. Wir brauchen G, Dollar 30. Ich drücke also zweimal F4 und dort steht G, Dollar 30, genau wie es sein soll. Nun Return und das Ganze nach unten Auto ausgefüllt. Das klappt natürlich auch umgekehrt. Wenn ich also zuerst meine nicht auszufüllende Zelle anklicke, dann addiere und dort nämlich die Zelle K31 zu addieren möchte. Jetzt kann ich wieder F4 drücken und wir sehen, es wird nur der gerade aktive Zellbezug von Excel mit Dollarzeichen aufgefüllt. Und wir brauchen wieder K, Dollar 30, also bleibe ich da stehen. Und wir haben relativ einfach über das Drücken der Taste F4 eine Möglichkeit, die Dollarzeichen automatisch setzen zu lassen. Aber nur für den Zellbezug, den wir als letztes eingegeben haben. Ich drücke Return und fülle wieder nach unten Auto aus und mache jetzt das, was ich gerade vergessen habe, nämlich nachzuprüfen. Bezieht sich der neue Zellbereich auf die richtigen Zellen? Ja tut er, also wir haben richtig gerechnet. In der nächsten Aufgabe sollen wir wieder mit Dollarzeichen arbeiten, allerdings müssen wir das jetzt etwas anders tun als gerade. Wir wollen nämlich nach rechts Auto ausfüllen. In der ersten Zelle wollen wir berechnen 16 plus 42, also Zelle B44. Wenn wir nun nach rechts Auto ausfüllen, was wird dann passieren? Na ja, wir können uns das ganz einfach vorstellen. Der blaue Zellbereich hier würde eins nach rechts verschoben. Der rote aber auch. Das ist nicht richtig, denn dieser Zellbezug, der sich auf die 42 bezieht, der soll ja stehen bleiben. Und das erreichen wir natürlich nicht, indem wir irgendeine Zeile festsetzen, sondern wir müssen den Spaltenbuchstaben festsetzen. Was wir also tun müssen, ist den Spaltenbuchstaben der B44 festsetzen. Dazu drücke ich so lange F4, bis das Dollar vor dem B steht. Jetzt drücke ich Return und kann diese Zahl nach rechts Auto ausfüllen. Prüfe nach, ob das richtig gelaufen ist und sehe ja tatsächlich, für unseren letzten Zellbezug hier wird die 27 mit der 42 multipliziert. Excel passt also dort, wo es darf, die Spaltenbuchstaben an. Aber wir haben Excel über das Dollarzeichen gesagt, Achtung, bei dem B hier, da darfst du gar nichts anpassen. Da bleibt bitte das B stehen. Das haben wir über das Dollarzeichen erreicht. Machen wir das Ganze nochmal. Wir berechnen wieder 5, also Zelle C48 plus B48. Wir brauchen wieder das Dollarzeichen vor dem B, also einmal drücken, nochmal drücken und nochmal drücken. Jetzt steht das Dollarzeichen richtig, Return und nun können wir nach rechts Auto ausfüllen. Was aber machen wir, wenn man wie ich jetzt eingibt, gleich B52 plus C52 und jetzt erst merkt, ach du Scheiße, du hast ja die Dollarzeichen vergessen. Dann könnte ich jetzt wieder hier F4 drücken, aber das bringt ja nichts, das ist die falsche Zelle. Das ist der falsche Zellbezug, nämlich der Zellbezug, der sich eigentlich gleich bewegen soll. Wir wollen das Dollarzeichen natürlich hier für die Zelle B52 verändern. Das ist aber die blau markierte Zelle hier und das ist nicht die zuletzt eingegebene Zelle. Dazu müssen wir tatsächlich jetzt mit der Maus zurückgehen und können nun unsere Dollarzeichen hier von Hand setzen. Return gedrückt und das Ganze nach rechts ausgefüllt zeigt, dass das richtig gelaufen ist. Als nächstes kommt ein kleiner Hirnverbieger. Wir sollen nämlich in die hier farbig hinterlegten Zellen das kleine 1 mal 1 hineinrechnen lassen. Für die erste Zelle ist das eigentlich ganz einfach. Ich rechne 1, also C60 mal 1, also B61. Drücke Return. Klick nochmal die Zelle an und jetzt überlegen wir mal gemeinsam, was passiert, wenn ich nach rechts Auto ausfülle. Wenn ich nach rechts Auto ausfülle, dann wird sich dieser blaue Zellbereich hier nach rechts mitbewegen. Aber auch der rote Zellbereich hier wird sich nach rechts mitbewegen. Das wollen wir nicht. Für den roten Zellbereich also müssen wir den Spaltenbuchstaben festlegen, damit er sich nicht bewegt. Also das Dollarzeichen vor den Spaltenbuchstaben. Überlegen wir mal, was passiert, wenn wir das Ganze nach unten Auto ausfüllen. Dann wird sich die Zeilennummer des roten Zellbereiches hier mitbewegen. Das soll sie auch. Aber ebenso wird sich die Zeilennummer des blauen Zellbereiches mitbewegen. Also die 60 hier. Das soll sie aber nicht. Also müssen wir die 60 hier festsetzen. C$60 mal $B61 ist die richtige Formel. Und nur so klappt es. Ich drücke Return und wir verschieben das Ganze nach rechts und nach unten. Und wir sehen tatsächlich, dass 1 mal 1 ist richtig berechnet worden. Zur Sicherheit gehe ich auch hier wieder in die letzte Zelle und schaue, ob die Zellbereiche richtig mitgewandert sind. Der ist richtig mitgewandert. Der ist ebenfalls richtig mitgewandert. Funktioniert also. Nächste Aufgabe hier ist, dass wir von jeder Zahl in der ersten farbig hinterlegten Tabelle die Spalten und Zeilennummer abziehen sollen. Machen wir das doch mal. Wir rechnen gleich die erste 100. Das ist die Zelle C78 minus die 1 darüber. Und wir können gleich mal überlegen, was müssen wir hier festlegen. Also nach unten soll sich das Ganze auf keinen Fall mitbewegen. Nach rechts soll es sich mitbewegen. Nach unten nicht bewegen bedeutet, die Zeilennummer muss festgesetzt werden. Also setzen wir die Zeilennummer fest. Ich drücke F4 und nochmal F4. Und jetzt ist die Zeilennummer festgesetzt. Den Spaltenbuchstaben dürfen wir nicht festsetzen, denn der soll sich ja mitbewegen. Nun müssen wir auch noch die zweite 1 hier abziehen, nämlich die Zelle B78. Diese Zelle soll sich auf keinen Fall mit nach rechts bewegen. Sie soll sich aber mit nach unten bewegen. Auf keinen Fall nach rechts bedeutet, den Spaltenbuchstaben müssen wir festsetzen. Ich drücke so lange F4, bis der Spaltenbuchstabe ein Dollarzeichen da vorgesetzt bekommt. Aber die Zeilennummer dürfen wir auf keinen Fall festsetzen, denn sie soll sich ja bewegen. Also ist das hier offenbar die richtige Formel. Ich drücke Return. Fülle nach rechts Auto aus und fülle nach unten Auto aus. Und wieder klicke ich auf die allerletzte Zelle dieses Zellbereiches und prüfe, ob sich die richtigen Zellbereiche mitbewegt haben und offensichtlich ja, haben sie. Von der letzten 100 wird die 3 und die 5 abgezogen. Als letztes schauen wir uns mal an, was bei Copy, Cut und Paste passiert. Zunächst mal wollen wir den Mittelwert aus diesen links angegebenen Zahlen berechnen. Dazu sage ich gleich Mittelwert, Klammer auf, markiere diesen Zellbereich und drücke die Klammer zu. Jetzt sage ich Return und der Mittelwert ist 62,4. Nun wähle ich die Zelle wieder aus, drücke STRG-C und aktiviere dann die Zelle darunter und drücke STRG-V, um die Formel zu kopieren. Moment mal, der Mittelwert ist jetzt nicht mehr 62,4, sondern 92. Was ist passiert? Klicken wir da einfach mal rein. Oh, Excel hat offenbar den gesamten Zellbereich mit verschoben. Das ist ja auch klar, denn wir haben ja vorhin gesehen, dass Kopieren und Einfügen ganz ähnlich funktioniert wie das Auto ausfüllen. Wenn Auto ausfüllen Zellbereiche verändern kann, dann tut das Kopieren das doch auch. Was wir also gerade gemacht haben, ist eine Formel mit einem Zellbezug darin, vier Zeilen nach unten zu kopieren und dementsprechend ist auch der Zellbezug darin um vier Zeilen mitgewandert. Das wollten wir wahrscheinlich so nicht. Was müssen wir tun? Nun, in der Ursprungsformel müssen wir ganz offensichtlich den Zellbereich festsetzen. Das wird jetzt etwas mühselig, wenn wir nämlich hier überall Dollarzeichen davor schreiben wollen. Was können wir tun? Nun, Excel bietet uns hier eine relativ einfache Möglichkeit. Wir klicken doppelt in die Zelle und markieren jetzt den Zellbereich, den wir gerade eingegeben haben. So teilen wir Excel mit, dass alles, was wir jetzt machen wollen, sich auf den gesamten Zellbereich beziehen soll. Wenn wir jetzt F4 drücken, dann sehen wir, dass Excel überall dort Dollarzeichen einfügt. Nochmal F4 gedrückt sind die Dollarzeichen nur noch vor der Zeilennummer. Dann nochmal F4 nur noch vor dem Spaltenbuchstaben. Nochmal F4 sind sie ganz verschwunden. Was müssen wir festsetzen? Nun, wir kopieren nach unten. Also würde Excel die Zeilennummern anpassen und damit müssen wir die Zeilennummern festsetzen. Wir können aber genauso gut auch einfach alles festsetzen. Das macht ja nichts, denn wir wollen nicht nach rechts kopieren. Es soll auch nichts passieren, wenn wir nach rechts kopieren. Und deshalb müssen wir uns hier nicht die Mühe machen und mit F4 durchprobieren. Sondern können einfach alles festsetzen und gut ist. Ich drücke Return, markiere jetzt wieder meine Zelle, drücke STRG-C, markiere die Zelle, in die wir hinein kopieren wollen, drücke STRG-V und wir sehen, Excel passt die Zellbereiche nun nicht mehr an. Es kommt weiterhin 62,4 dabei heraus. Probieren wir dasselbe mal mit Verschieben. Ich berechne den Mittelwert einfach nochmal, gleich Mittelwert, Klammer auf, Zellbereich B97 bis B101, Klammer zu, setze keinerlei Dollarzeichen und drücke Return. Jetzt markiere ich wieder diese Zelle, drücke STRG-X fürs Verschieben, markiere dann die Zelle darunter und drücke STRG-V. Das Ergebnis ist dasselbe wie gerade, 62,4. Excel verhält sich also beim Kopieren und beim Verschieben unterschiedlich. Beim Kopieren werden wie beim Autoausfüllen Zellbereiche angepasst, solange kein Dollarzeichen davor steht. Beim Verschieben allerdings ändert Excel gar nichts. Egal ob in einem Zellbereich Dollarzeichen auftauchen oder nicht. Excel verschiebt die komplette Formel und rührt die Zellbereiche darin nicht an. Egal also wie eine Formel aussieht, in der Zelle, in die wir hinein verschieben, wird diese Formel immer noch exakt so aussehen, wie in der Zelle, aus der wir ausgeschnitten haben. Es gibt noch eine weitere Sache beim Verschieben, die man beachten sollte und auch das kriegen wir nur durch Ausprobieren raus. Wir wollen mal diese Zahl 21 hier an die Stelle der 72 in der Ausgangsliste verschieben. Dazu markiere ich die Zelle mit der 21, drücke STRG-X, markiere dann die Zelle mit der 72 und drücke STRG-V. Was passiert? Offensichtlich, alle Mittelwerte haben sich verändert, ist ja auch klar, denn die Daten sind ja andere geworden. Und damit verändern sich auch automatisch die Mittelwerte, weil sich deren Formeln ja auf diesen Zellbereich bezogen haben. Dasselbe mache ich jetzt mal mit diesem gesamten Datenbereich, also all diesen fünf Zellen. Ich markiere ihn, drücke STRG-X, gehe dann oben an unsere Ursprungsdaten und drücke STRG-V. Oh, das sieht jetzt komisch aus. Da ist ein Fehler passiert. Excel zeigt einen Bezugfehler an. Was ist hier passiert? Nun, das ist die zweite Eigenheit beim Verschieben. Sobald wir einen Zellbereich, auf den sich eine Formel bezieht, komplett überschreiben, und zwar mit verschobenen Zellen aus einem anderen Bereich des Datenblattes, versteht Excel nicht mehr, was wir machen wollen und zeigt einen Fehler an. Wenn wir die Mittelwerteformeln hier anzeigen lassen, dann sehen wir, dass Excel den kompletten Zellbezug hier oben gelöscht hat und dort Bezug-Ausrufezeichen hineingeschrieben hat. Damit teilt Excel uns mit, dass der Bezug, der vorher dort stand, komplett überschrieben worden ist, durch eine Ausschneidaktion. Mit dem Ausschneiden und Einfügen sollte man also sehr, sehr vorsichtig sein, denn es können alle möglichen Fehler passieren. Deshalb versuche ich, das Ausschneiden in Datenblättern nach Möglichkeit zu vermeiden. Das Ausschneiden in Datenblättern nach Möglichkeit zu vermeiden,